Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch ein geht's gut. Ihr habt die Nacht bei dem Sturm, zumindest bei uns ist es ordentlich Sturm, gut überstanden. Ansonsten, wir Trade Moment haben bei ungefähr 43.800 US-Dollar. Wir hatten gestern die Fat News, es hat sich relativ wenig getan. Also es kamen unterschiedliche Meldungen wieder rein, manche sind überrascht von der Inflation. Dann, man muss was gegen die Inflation tun, andererseits sind Firmen überbewertet. Das finde ich sogar ein bisschen interessanter, dass mittlerweile anders gedacht wird, dass die Firmen überbewertet sind. Sollte man jetzt aber natürlich die Zinsen hochsetzen oder die Geldmenge reduzieren etc. pp. Ihr wisst was ich meine, dass das natürlich auch zu Jobverlusten führen kann, weil die Unternehmen mittlerweile so hoch bewertet sind, dass das natürlich auch zu Abschwung führen kann. Also man sieht es, die sind in einer Zwickmühle, man kann daran nichts mehr ändern. Wenn dieser Kreislauf erstmal im Gange ist, dann ist es halt so. Also ansonsten heute Abend, 19 Uhr, Livestream auf dem YouTube-Kanal, ihr habt wieder abgestimmt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf für jeden, der wieder da ist. Ansonsten Link, äh, was, nee, Like da lassen und den Kanal abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 43.800 US-Dollar. Wir hatten nochmal einen kleinen Push nach der Fettsitzung auf ungefähr, naja, 44.200, 44.300 US-Dollar circa. Wieder hier oben an unser Golden Pocket gekommen, an unsere Supply-Zone. Es hat sich wenig getan, RSI weiterhin am Abkühlen. Ähm, wir kriegen einfach keinen richtigen impulsiven Move zustande. Wir sind auf den 4 Stunden E-Mail-Ribbons immer wieder jetzt am Bouncen. Aber uns fehlt einfach mal diese impulsive Welle. Einfach mal, dass wir nach oben hin ausbrechen können. Deswegen bin ich weiterhin eher short-orientiert momentan. Ich bin eher der Meinung, dass wir nochmal hier in den Bereich von, naja, ungefähr 40.000 US-Dollar auf jeden Fall nochmal gehen können. Wegen dem Monatspeavit, wegen dem 200er SMA, wegen diesem Abtrend hier. Ich halte es wirklich nicht für unwahrscheinlich. Einfach, um auch nochmal ein höheres Hoch zu bilden. Um danach wirklich, äh, hier wirklich mal mit einem impulsiven Move hier nach oben hin auszubrechen. Deswegen, also ich bin momentan wirklich noch skeptisch. Ich bin, wie gesagt, momentan eher short eingestellt. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass wir jetzt sofort hier nach oben hin durchbrechen. Aber ihr kennt mich, ich bin, gehe die Sache relativ neutral an. Weiterhin ist es natürlich auch möglich, okay, dass wir nochmal Richtung 32.000, 33.000 US-Dollar gehen. Sehe ich jetzt aber momentan nicht, außer Russland marschiert heute ein, wo es ja auch wieder unterschiedliche Meldungen gibt. Also ich gebe da mittlerweile gar nichts mehr drauf, vor allem nicht auf Twitter, was da mittlerweile rumgeht. Einerseits heißt es, es wird zurückgezogen, dann wieder neue Truppen. Hört euch den ganzen Schmarrn einfach nicht an, solange die nicht einmarschiert sind, sind die nicht einmarschiert. Für mich ist das eher Propaganda oder was weiß ich, was da mittlerweile geführt wird. Es ist auf jeden Fall nicht mehr lustig. Ansonsten, mögliches Doppeltop ist zwar jetzt nicht wirklich hier ausgereift. Also man sieht es hier, ähm, ist jetzt kein Wunsszenario. Open Interest, ähm, steigt ein bisschen langsam wieder. Also es heißt, Retailer, die kleineren Leute kaufen wieder ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, für mich eher momentan diese Zone hier um 40.000, 39.000 US-Dollar ist für mich interessant. Wir haben da unten noch das CME-Cup, welches noch geschlossen werden könnte. Betonung liegt auf könnte, nicht jedes wird immer geschlossen. RSI passt, ähm, Volumen deutlich abfallen. Also ich bin weiterhin Short eingestellt. Heißt jetzt nicht, dass ich hier mega große Short-Positionen aufbaue. Also ich bin momentan eher so im Scalping-Modus immer mal kurz rein raus, so wie gestern nach der Fettsitzung kurz vorher long rein und sofort wieder zugemacht. Aber das ist wirklich nichts, äh, grifffestes, beziehungsweise nichts langfristiges, weil mir dafür einfach die Marktstruktur noch nicht wirklich gefällt. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat es auch nochmal versucht, hier an unseren ehemaligen Uptrend ranzukommen. Haben wir nicht geschafft. Weiterhin gelten die 4 Stunden E-Mail-Ribbons als Unterstützung, ähm, der 200er EMA und hier unten unser ehemaliges Key-Level, wo wir immer als Support genutzt haben. Da unten war es dann Widerstand. Aber auch hier, hier fehlt einfach der impulsive Move. Wir sehen hier keine wirkliche Trendfortsetzung, ähm, auch hier erstmal Preisziel ungefähr 2.850. Worst Case ist weiterhin hier unten diese 2.600 US-Dollar, wo wir schon die letzten Tage immer wieder angesprochen haben. Die bleiben auch für mich weiterhin in Play, beziehungsweise als Möglichkeit. Gut, Solana, äh, nachdem wir den Abtrend, äh, gebrochen haben, auch hier eher mit einer Seitwärtsphase übergeordnet, könnten wir ja auch sagen, okay, wir befunden uns hier in einer riesigen Seitwärtsphase einfach wieder Volumen deutlich abnehmend. RSI gibt uns nicht wirklich raus, äh, MAC, die habe ich mir schon ewig nicht mehr angeguckt, weil ich auch hier auf den kleineren Zeitinheiten ehrlich gesagt nichts Spannendes finde. Also auch hier sollte jetzt der Markt etwas nach unten korrigieren, sehe ich auch hier erstmal ein bisschen Downside. Vor allem bei den Altcoins, klar, wenn Bitcoin runter geht, äh, gehen die Altcoins mit. Äh, Polkadot, nachdem wir hier diesen kleinen Aufschwung hatten, auch eher wieder so ein kleines Reversal nach unten hin, ähm, kein Volumen im Markt, eher wieder so ein kleines Doppeltop, wobei man davon eigentlich nicht sprechen kann, weil es ja nur auf den Mini-Zeitanheiten ist, also wir hatten ja keinen richtigen Abtrend gebildet. Auch hier riesige Seitwärtsphase, Internetcomputer, also ICP können wir uns mal angucken, nachdem wir hier am 0786 gebounced sind, viele den Trade auch mitgenommen haben. Ähm, auch hier eher am Konsolidieren, 4 Stunden E-Mail Ribbons, schöner Bounce, die könnten jetzt wenigstens mal grün flippen, aber da liegt auch noch über uns der 200er SMA plus der 200er E-Mail, also auch hier, seht ihr, ist noch eine Menge Widerstand vor uns. Ähm, Blogtopia, weil das öfters jetzt mal im Livestream angesprochen wurde, ähm, wird für mich langsam spotmäßig interessant, ähm, weil wir hier wirklich eine 88 oder 89% Korrektur, ähm, haben, für jeden, der das Projekt noch nicht kennt, dann lest euch einfach mal ein, ähm, machen auch Steuern und sowas, ähm, da wird es jetzt langsam für mich interessant, wir sehen hier vielleicht langsam so einen kleinen Absprung, das jetzt so hier langsam mal ein bisschen Volumen, also hier drüben war ja gar kein Volumen mehr, und jetzt so die letzten Tage kommt hier langsam wieder ein bisschen Kaufvolumen auch rein, also das ist so für mich momentan so ein bisschen Geheimtipp, wo längerfristig auf jeden Fall was möglich ist. Ansonsten, ähm, Mana können wir uns mal ganz kurz angucken, auch hier seht ihr es, Abtrend, Abtrend nach unten hindurchbrochen, jetzt als Widerstand bestätigt, jetzt konsolidieren wir hier oben ein bisschen, Volumen hat etwas zugenommen hier bei dem Pump, ist jetzt schon wieder abfallend, also auch hier wieder ein bisschen Vorsicht, gefällt mir alles überhaupt nicht, eher wieder ein bisschen Richtung Downside, zumindest mal hier diesen Bereich, bei ungefähr 3,07 Dollar im Auge behalten, hier hätten wir eine 4 Stunden Demand, plus die 4 Stunden E-Mail-Ribbons, plus dieses ehemalige Key-Level, welches wir dann nochmal als Support bestätigen könnten. Ansonsten, ähm, ihr seht, wir gehen jetzt hier einfach mal schnell durch, weil es eigentlich nicht viel Neues gibt, äh, Luna, auch wenig Bewegung, nachdem wir hier das Golden Pocket, den Trade traue ich, immer noch ein bisschen nach, äh, angetestet haben, ähm, haben wir hier einen kleinen Abtrend gebildet, momentan geben wir uns die 4 Stunden E-Mail-Ribbons hier noch ein bisschen Support, wir kämpfen mit dem 0,2,3,6er, aber auch hier Volumen deutlich abnehmen, also es zeugt nicht von Stärke, wir steigen immer weiter höher, Volumen ist weiterhin abnehmend, es ist für mich kein starker Move, deswegen rechne ich auch hier mindestens, dass wir nochmal in den Bereich der 54 US-Dollar kommen, sind zwar nur ein paar Prozent Absprung und dann wird es halt interessant, ob dieser Abtrend hält oder ob wir nochmal in Richtung Golden Pocket darunter gehen. Also, solange wir dieses abfallende Volumen haben und dann noch fast höhere Hochs bilden, das ist keine gesunde Bewegung, das wird für mich mehr, äh, durch Retailer dann getrieben, ähm, hat wenig dann, ähm, mit Impulsivität, beziehungsweise mit Nachhaltigkeit zu tun, meines Erachtens zumindest. Ansonsten, ähm, XRP wollte ich noch, ähm, haben wir ganz vergessen, ähm, XRP hält den Abtrend hier noch minimal, beziehungsweise hatten wir jetzt hier schon Breakdown, 4 Stunden E-Mail-Ribbons ziehen sich zusammen, Volumen deutlich abfallend, Aerosize zwar relativ weit unten, also hier wird es jetzt interessant, wir haben jetzt den Monats R1 als Support, wir haben die 4 Stunden E-Mail-Ribbons und wir kämpfen jetzt hier mit dem, ähm, Abtrend. Wenn wir es jetzt hier wieder reinschaffen, könnte ich mir hier erstmal einen Move nach oben vorstellen und dann nochmal ein bisschen hier die Welle nach oben hin reiten. Ansonsten bestehen wir es als Widerstand, wird es interessant, ob wir unter den R1 fallen und dann nochmal wirklich ein Reversal hier nach unten in dem Bereich von 0,68 starten. Es wäre schon eine heftige Korrektur, kann ich mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so vorstellen, dass es wirklich so tief geht, wir haben dazwischen noch zwei Supportzonen, 0,75$ plus 0,71$ rum, den 200er EMA plus 200er SMA. Also da müssen wir jetzt mal schauen, dieser Abtrend, ob der jetzt wirklich noch nachhaltig hält, für mich sieht es eher danach aus, dass wir nochmal einen Reversal kriegen. Wie tief es dann geht, müssen wir uns dann wirklich mal genauer angucken, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Menge Support in diesen Bereichen hier, können wir uns auch nochmal angucken hier bei ungefähr 0,77$, 0,74$, da wo auch der 200er EMA dann liegt. Gut, ansonsten schauen wir uns ganz kurz die News an, NFT beschlagnahmt durch britische Steuerbeamte. NFT mein Lieblingsthema, genauso wie Metaverse, darauf freue ich mich heute Abend wieder auf Diskussionen, nee Spaß, ja, Artikel habe ich euch gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet, ansonsten, ich wünsche euch auf jeden Fall einen entspannten Tag, lasst auf jeden Fall ein Abo da, abonniert den Kanal, liked das Video, pusht den Algo mit einem Kommentar, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Wir hören uns dann heute Abend 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal und wie immer, stay crypto und kommt gut durch den Tag heute.